Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruderbaustelle. Und ja, das ist der zweite Take für den CarboLight K966 hydraulischen Radlader. Und ihr habt mir einige Fragen gestellt, ein paar über YouTube, ein paar direkt über die Foren und ein paar direkt per E-Mail. Und ich habe das mal so ein bisschen grob zusammengefasst. Ein paar waren natürlich doppelt. Und ich habe auch viele Infos bekommen von Leuten, die den sich anderweitig schon mal angeschaut haben, die den auch schon haben, die auch schon was gemacht haben. Von dem her, wir haben ein bisschen was auf der Agenda heute. Ich habe mir das extra mal zusammengeschrieben, damit ich nichts vergesse. Und damit ich wirklich nichts vergesse, und zwar, ich bin da sehr inkonsequent, das in den Videos zu machen, denn ich bedanke mich immer direkt. Vielen Dank an den Jens. Der hat mir hier so drehmühle Speedklicks zukommen lassen von meiner Amazon-Wishlist. Und die kann ich immer brauchen, weil ich verbrauche die Dinger auch wahnsinnig oft. Das sind jetzt die von Metall. Die nehme ich zum Beispiel ganz gerne her, um die Achsen durchzutrennen. Weil es geht da ratzefatze, einmal mit dem Drehmel kurz drauf, Achse offen, ich kann die links und rechts rausziehen, alles super. Gibt es auch für Kunststoff, funktioniert auch super. Also da perfekt für die Umbauten. Vielen Dank an den Jens. Und nochmal an alle anderen auch nochmal ein Dankeschön. Euch schreibe ich halt direkt immer per E-Mail auch ein Dank, wenn ich weiß, von wem es kommt. Ja, was wurde ich gefragt? Ich habe ein bisschen was hergerichtet. Ihr seht, wir haben den Carbo-Light da, wir haben den Bruderradlader da. Der hat nur eine andere Kabine, beziehungsweise hinten einen anderen Aufbau dran. Ansonsten ist die Hubhöhe und so weiter hier nicht verändert. Das ist also wirklich der Bruderradlader, der Liebherrradlader. Ist es ein Liebherrradlader? Ich glaube schon. Genau. Ich habe mal den Volvo-Dumper bereitgestellt, wegen den Höhen. Da waren ganz viele Fragen. Die meisten Fragen waren tatsächlich zu den Maßen. Und ich würde sagen, da legen wir auch gleich los mit dem Maßstab. Jawohl. Was ich noch sagen wollte, ich habe im letzten Video gesagt, ich habe die Batterien verglichen, es sind nicht die gleichen. Ich habe im letzten Video, glaube ich, gesagt, es seien die gleichen. Irgendjemand hat mir geschrieben, Achtung, das ist nicht so. Der Radlader hat nur 7500 mAh und der Bagger, der Carbodeid-Bagger hat 10.000 mAh und ihr seht, das passt von der Größe her nicht. Also ihr kriegt den Bagger-Akku nicht rein in den hydraulischen Radlader. Aber ich verlinke es euch unten, Modell von Nattera, wo ich auch dieses Modell hier hin habe. Hin habe, ja, und der kommt ja jetzt dann auch wieder hin. Er hat auch die Batterien jetzt im Shop. Ja, also ihr könnt auch Batterien nachkaufen, verlinke ich euch alles unten. Und dann würde ich sagen, dann schauen wir mal nach dem Maßstab. Hauen wir dabei die Batterie schon mal rein, die brauchen wir nachher eben. Und ja, natürlich, eins der Hauptmerkmale ist einfach die Hubhöhe. Und ich weiß es nicht, warum die so ist, wie sie ist. Ist einfach so. So, gut. Stellen wir den mal ein Stück weiter hinterher. Und den, zuck. Den endlich sitzen wir mal hier drauf. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Und ich habe das letzte Mal schon gesagt, K966 ist nicht zufällig gewählt. Es ist ein K966 als Vorlage genommen worden. Und tatsächlich heißt der Radlader, dem Produktdatenblatt, K966K. Also, ja, da war die Fantasie gar nicht so groß bei der Namensgebung. Ich habe mir, wie gesagt, mal dieses Datenblatt rausgeholt und das mal runtergerechnet. Und jetzt ist es so, der hat original ein Maßstab, beziehungsweise ein Maß angegeben von Radnabel zu Radnabel. Was sind das, 3,45 Meter. Und es wäre bei einem Maßstab von 1,14, was Kabulite angibt, wären das 24,6 Zentimeter. Und wir sind bei 22. Bisschen weniger. Das Ding ist nicht genormt. Ja, 21,8 oder so, 21,7, was wir hier Radnabel zu Radnabel haben. Das heißt, 21,7 haben wir, 24,6 bräuchten wir bei 1,14. Jetzt habe ich mir natürlich mal die Mühe gemacht und habe hier, ich zeige es euch jetzt einmal ganz kurz hoch. Ihr könnt jetzt auch kurz Stop drücken und ein Screenshot machen oder so. Seht ihr das? Ja, dann geschmiert. So, ich habe das auch in 1,16 mal runtergerechnet, da wären es 21,5 Zentimeter, die wir brauchen. Das ist genau das Maß. Das heißt also, von der Achse her wären wir im Maßstab 1,16, wenn wir das Modell als Vorlage nehmen. Auch bei der Höhe ist es so, bei 1,14 sollten wir 25,3 Zentimeter Höhe haben. Und haben tun wir 22,3, 22,4. Und bei 1,16 bräuchten wir 22,1. Also auch hier passt der Maßstab 1,16 tatsächlich original auf dieses Modell. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist ein 1,16er Modell. Also wenn ich es 1,1 runterrechne, ist es nicht 1,14. 1,14. Da fehlt einfach überall ein paar Zentimeter. Also 3 Zentimeter ist halt hier auch in dem Maßstab gar nicht so ohne. Das sind, im Endeffekt müsste er bis hier hoch gehen. Und das ist schon ein Stück an so einem Modell. Auch von der Länge her. Die Gesamtlänge müsste bei 1,14,61,6 sein. Wir haben aber ohne die Zinken, mit viel Goodwill, 56 Zentimeter. Also auch hier fehlen 5 Zentimeter einfach in der Länge, die wir nicht haben. Bei 1,16 passt es. Da ist er tatsächlich noch einen Zentimeter zu lang. Kann natürlich auch an der Schaufel liegen. Der hat eine gerade Schaufel in dem Prospekt drin. Der hat ja diese Abrissschaufel oder diese Steinbruchschaufel. Genau. Also wie gesagt, Maßstab 1,14 würde ich sagen nein. 1,16 ist er aber absolut. Also da passt es bis auf die letzten Millimeter geradeaus hin. Nur leider ist der Hub nicht ganz im Maßstab. Er sollte schaffen, wenn er Plan steht, sollte er schaffen 26,4. So, jetzt machen wir den Kameradenhoff gleich mal an. So. Und. Schauen wir mal. Die Schaufel ist immer noch so zackig. Ich habe nichts umgestellt übrigens. Weil er geht ja jetzt dann eben, wie gesagt, zurück an Modell Bonatra, so wie er ist. Ich habe nichts verstellt. Ich habe nur Öl reingefüllt. Ich habe nichts irgendwo an der Hydraulik geändert. Ich habe auch keine Einstellungen verändert. Es ist immer noch so, wie ich ein Out of the Box hatte. Nur, dass ich, wie gesagt, das Öl, das dabei war, mit eingefüllt habe. Ansonsten ist nichts geändert. Und ich habe ihn absichtlich, weil die Frage kam natürlich auch oft, kann ich ihn mit dem Parcours fahren? Kann ich den mal im Baustellenbetrieb zeigen? Nein. Ich wollte nicht, dass er dreckig wird. Und ich wollte nicht, dass er irgendwo verkratzt wird. Denn es ist einfach nicht meiner. Ganz klar. Wenn es meiner wäre und meiner ist, dann wisst ihr ganz genau, dann machen wir auch solche Sachen. Aber wenn es nicht meiner ist und er eben, wie gesagt, zurückgeht und dann, wie gesagt, vermutlich auch wieder weiterverkauft wird, dann soll das einfach nicht so sein. Denn der Nächste wird kein verschertes Modell, bloß weil ich gemeint habe, ich muss in einem Video irgendwas machen, ja, also, gibt es hier nicht, aber, wir werden ihn nachher noch aufmachen. Habe ich mir mal vorgenommen. Ich hoffe, es geht so einfach, wie ich beim letzten Video gedacht habe. So, wir fahren mal hoch. Übrigens vielen Dank an den Sigmar Mayer, der hat mir auch in den Kommentaren geschrieben, der hat den ja auch schon da, der hat eine Messingbuchse eingebaut hier vorne, weil irgendwo bei ihm so viel Spiel war. Ich muss gerade mal gucken. Das ist irgendwie, ich habe hier überall Spiel, ich würde jetzt mal sagen, hier, an der Schaufelanlenkung, hat er eine Messingbuchse eingesetzt, ja. Sigmar Mayer, vielen lieben Dank. Falls ihr ihn nicht kennt, er hat auch einen Shop mit ganz vielen Sachen zu Huina und zu Carbonite, das, was ich momentan bei mir überhaupt nicht bedienen kann. Schaut mal rein, ich verlinke es auch unten mit in der Videobeschreibung, wenn ihr da zubehört wollt. Ich glaube, Steinschlag gibt da ganz viele Schaufeln, ganz viel Zubehör. Für Carboleit und Huina. So, also das wäre jetzt die Höhe gerade. Vom Maßstab runtergerechnet bei 1 zu 16 sollten wir 26,4 haben. 1 zu 14 wäre es ja sogar noch drüber. Aber auch hier haben wir ja nur 24, ich weiß jetzt nicht, ob das unten drin ist. 24, 24, 5, sowas. Also hier fehlen leider 2 Zentimeter in der Höhe. Aber okay. Sagen wir mal, habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ich glaube mir fehlt ein Zettel. Was hat denn der Hubhöhe angegeben? Sollen wir das mal schon herunterrechnen, was der Hubhöhe hat? Ah, da. Also der hier gibt eine ausgekippte Hubhöhe an von knapp 3 Meter. Was er schaffen sollte, was er schaffen sollte, aber ist er jetzt mal knapp. Heißt, er sollte schaffen 18,7 ausgekippt. Allerdings kippt er nicht so weit, also nicht so, sondern eher, das hat ja 49 Grad so was steht hier, also eher, eher so. Ich stelle es gerade mal seitlich, dann seht es ja ein bisschen besser. Also eher so ist die Auskipphöhe hier angegeben. Wie gesagt, sollte so um die 18,7 liegen und wir liegen ja hier bei 19 bis 20, wenn er so steht. Also ist okay. Da kommen wir hin, das ist jetzt 1,16 übrigens. Gut. Das ist mal so viel dazu. Vom Maßstab her, wie gesagt, wir sind hier im 1,16er Bereich. Das ist einfach so. Also da kann ich jetzt rechnen, was ich will. Wie gesagt, ihr könnt euch das gerne mal rausgoogeln. Die Maße findet ihr und mal runterrechnen. Aber er ist vom Maßstab her tatsächlich 1,16 und nicht 1,14. Aber auch hier, er passt ja gut dazu. Ich habe jetzt keinen Tamiya-Kipper oder ähnliches da zum Testen. Deswegen kann ich jetzt da nicht viel Vergleich machen. Aber es gibt ja auch kleinere Radlader von dem her. Und ich habe mal geguckt, Auskipphöhe. Das sind jetzt hier mal so aus so einem, keine Ahnung, Maschinenverleih oder beziehungsweise so ein Fuhrunternehmen. Und die eben an für einen MAN-Kipper, 3,10 Meter Ladehöhe. Und für einen MAN-Kipper wie den TGS von Buda zum Beispiel, 2,80 Meter. Das heißt, in echt muss ich hier schaffen, für einen Sattel in 1,14 müsste er schaffen, 22,1 Zentimeter Ladehöhe. Beziehungsweise bei 1,14 20 Zentimeter Ladehöhe. Ich weiß jetzt nicht, wo die Tamiya liegen. Wie gesagt, ich habe keinen da. Wir gucken uns aber nachher dann mal den Volvo an, wo man da, oder wie es da allgemein ausschaut. In 1,16 ist es so, ist die Ladehöhe 17,5 Zentimeter. Das entspricht im Endeffekt wirklich genau der dritten Höhe vom MAN-TGS. Diesen weiß-roten von Buda passt also. Und wie gesagt, beim Sattel sind wir bei 19,3 im Maßstab 1,16. Dürft ihr auch hinkommen. Der Volvo-Dampfer hat knappe 20, glaube ich. Und der hat 19,5. 19,5. Also da kommen wir gut hin, dass wir da auch mal einen Vergleich haben. So, ich muss ein bisschen gucken. Ich will auch nicht ewig schwafeln. Was haben wir schon abgehakt? Ja, haben wir. Maßstab 1,16. Unterschiedliche Batterien. Haben wir, haben wir. So, dann haben wir hier noch die Reifengröße, wurde gefragt. Die Gummireifen sind übrigens super. Die haben echt Grip und sind auch echt fest. Sie walgen ein bisschen, aber sie sind eigentlich schon eher starr. Also da muss ich schon richtig was draufpacken, damit es den in die Reifen reindrückt. Aber sie haben einen echt schönen Grip. Und ihr habt mich nach den Maßen gefragt. Wir haben eine Breite von 4,1, 4,2 Zentimeter, sowas. Wir haben einen Durchmesser von 10,5. Und wir haben einen Felgendurchmesser von 5,8 Zentimeter. Ich schreibe es unten in die Videobeschreibung, dann habt ihr es. Dann brauchst du nicht ganz so viel aufpassen. So, ähm, genau. Reifengröße haben wir auch. So, wie gesagt, ich war nicht auf dem Parcours. Deswegen habe ich jetzt nicht so viel testen können. Jetzt können wir mal gucken. Ja, also ich habe es so mal getestet. Ich habe jetzt keinen Aufbau extra dafür. Ihr habt mir geschrieben, die Differentialsperre muss auch hinten greifen. Die greift auch hinten. Das hat bei mir hier auf dem Testing nicht richtig eingerastet oder sowas. Vielleicht muss man da natürlich auch in Bewegung sein beim Fahren. Schätze ich mal, dass ich ja irgendwo da etwas blockieren muss. Das hat es jetzt hier nicht gemacht gehabt. Er blockiert auf jeden Fall, beziehungsweise er sperrt die Achse vorne und hinten die Differentialsperre. Ja, das funktioniert auf jeden Fall. Wir verbieten euch noch die Hubkraft. Was habt ihr so an Power? Ich habe hier mal was vorbereitet. So, das heißt, wir packen hier mal was rein. Ich habe meinen altbewährten Sandsack. Zweieinhalb Kilo passen da rein. Oder sind da drin. So, wir gucken. Er wird wahrscheinlich eh irgendwann mal ein Wändchen machen. Ob man auch schneller... Weil das Ding ist ja schwer wie... Also zweieinhalb Kilo. Ja, da wollen wir jetzt nicht schwätzen. So, weg damit. Zweieinhalb Kilo Sandsack. Und dann würde ich sagen, weil er da gespielt hat, ich habe hier noch zwei, ein Kilo Bleigewichte. Ich muss mal die da vorsichtig reinlegen. So, jetzt sind wir bei zweieinhalb, dreieinhalb, viereinhalb Kilo. Also, ja, also, ist kein Thema. Jetzt muss ich mir gerade gucken, da habe ich noch was. Hier oben hin. Ist gerade ein mangelbares Gewichten hier. Was haben wir noch? Ich hätte noch mal zwei Bleigewichte. Noch mal je ein Kilo. Ich würde sagen, dann machen wir die hier vielleicht außen fest, oder? Wenn wir das so hinhängen. Die zwei legen wir da rein. So, das heißt, jetzt haben wir zweieinhalb, dreieinhalb, viereinhalb, fünfeinhalb, sechseinhalb Kilo. Okay. Also, und er hebt es nicht hinten. Also, ich kann hier echt mit anheben. Der kommt nicht. Also, sechseinhalb Kilo, Zuladung. Ich weiß jetzt nicht, wer mit Blei spielt. Also, ich glaube, da haben wir, ja, haben wir echt keinen Stress. Vor allem, was mir echt gefällt, er sackt jetzt nicht ab. Ja, also, er steht da, wirklich. Boah! Er wird halt nicht leicht decken. Also, auch hier, ihr seht, wenn ich den hinten hochhebe, ich muss ihn wirklich heben, und dann fällt er aber sofort wieder zurück. Top! Absolut top! Habe überhaupt keine Schmerzen. Wenn er das hier hebt, das ist natürlich klasse. So! Mei, was wollen wir mehr? Was wollen wir mehr als das? So, und jetzt da habe ich ja ein bisschen was hergerichtet, dass wir mal den Vergleich haben von der Hubhöhe her, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Und da habe ich jetzt hier den Liebherradlader von Bruder mitgebracht. Ähm, ich stelle sie jetzt gerade mal möglichst gerade zu euch, glaube ich. So, den schalten wir natürlich auch einmal rein. So! Und jetzt seht ihr auch mal ein bisschen wirklich den Vergleich. Also, hier ist ja reingebaut, keine Hydraulik. Hier ist die Hubmechanik elektrisch vom Wolfgang Rusch verbaut. Vorne und hinten. Ich habe hier schon ein kleineres Ritzel, das heißt, der ist schon schneller. Also, standardmäßig wäre, ähm, mit dem Umbausatz, ähm, das Hubgerüst ist unverändert, aber der Zylinder hat einen anderen Anlenkpunkt bekommen. Beziehungsweise, ne, der Anlenkpunkt ist der gleiche, ähm, da ist ein Stift weg, damit ich einfach ein bisschen mehr Weg habe. Ansonsten, ähm, ist das das Original-Hubgerüst. So, jetzt fahren wir einmal ganz runter. Wunderbar. Da rennt er schon davon. So. Also, wir machen mal zu. Ja, und genau jetzt kommt der Punkt, wo ich das letzte Mal schon gesagt habe, die Fernbedienung vom Carboleit ist, glaube ich, echt falsch rum. Ähm, wenn man die Schaufel ansteuert. So. Ihr seht was? Ja. Also, unten machen sie beide wunderschön zu. Ist alles, äh, paletti. Und jetzt fahren wir mal hoch. Ähm, soll man das gleichzeitig machen? Dann sehen wir auch gleich, wann welcher oben ist. Ähm. Ähm, jawohl. Auf die Plätze, fertig. So. Hat sich jetzt nicht so viel geschenkt, würde ich sagen. Eine Sekunde, zwei, oder? Also, die Hydraulik war auf jeden Fall schneller. Die Hydraulik ist um einiges stärkter. Also, falls die Frage kommt, ähm, der hier hebt keine 6,5 Kilo an. Wirklich nicht. Braucht er auch nicht. Im Übrigen. So groß ist die Schaufel gar nicht. So, wir sind beide mal ganz oben. Und ihr seht, hier schenkt sich's eigentlich auch noch nicht viel von der Höhe. Ähm, wo wir jetzt hier sind. Aber jetzt kommt eben das Thema auskippen. Und jetzt kippen wir einmal hier aus. Ja, das ist, äh, langsamer. Und das ist, äh, volle Möhre. So, und jetzt kommt eigentlich der einzige Punkt. Die Anlenkung ist hier anders. Und dadurch kommen wir hier einfach einen Ticken höher. Und dieser Ticken macht's aber nachher aus. Das ist, das ist genau der Punkt. Also, ich bin jetzt hier, ähm, bei einer Höhe, Zinken-Unterkante, 15. Ich rechne jetzt mal ohne die Zinken. Dann sind wir bei 17. Hier bin ich bei 21 Unterkante. Ja, 17 zu 21. Das sind halt echt 5 Zentimeter. Das ist so viel. Ähm, das ist halt genauso der Punkt. Also, das, diese 5 Zentimeter, die fehlen dem einfach hinten aus. Ja? Das heißt, um die muss er einfach ein bisschen höher kommen. Oder müsste er ein bisschen höher kommen. Jetzt hab ich euch das letzte Mal schon gesagt, oder bei dem Fahrvideo, wer so lange dran geblieben ist, oder die Preview gesehen hat. Da hab ich's, glaub ich, auch erwähnt. Ähm, ich würd's hier vielleicht abschneiden. Hier. Einmal hier durch. Ähm, Draht schneiden. Ich bin, ich mag die, die, die Schaufeln. Keine Frage. Das sind so richtige Steinbrecher-Schaufeln. Ähm, schaut ein bisschen massiver aus. Äh, hier wackelt's auch. Ähm, schaut super massiv aus. Aber, ähm, wenn ich jetzt eine Straße planieren will, oder ähnliches, oder einfach mal zusammenräumen will, da ist das echt hinderlich, weil das ist nicht gerade. Ich hab diese riesen Zinken drin, deswegen hab ich bei meinem eben auch eine Aluplatte, äh, angeschraubt. Bräuchte ich jetzt hier nicht. Hier könnt ihr tatsächlich einfach einmal durchsägen. Ähm, vielleicht gibt's auch irgendwann mal Schaufeln im Angebot hier, ähm, wo man nachkaufen kann, die dann anders sind zum Wechseln. Wer weiß. Gibt ja auch für die anderen Radlader, äh, Schnellwechselsystem und so weiter. Also ihr seht, es hat Spiel. Das ist nicht die Hydraulik, die jetzt hier wackelt, das ist der ganze Arm. Was ich mir auch vorstellen kann ist, wenn man hier den Knochen einfach kürzer macht, damit der nicht ganz so extrem aus, äh, kippt, dann ist er auch schon einen Ticken höher. Dann würde man es gut hinbringen. Jetzt hol ich mal den Volvo-Dumper. Für alle, die nicht so oft zuschauen, der ist normal gelb-schwarz, gell? Das ist meine Privatausführung. Und jetzt seht ihr, tja. Der hier ist drunter, der hier ist drüber. Also, hier kann ich unten rein. Und hier bin ich jetzt schon voll drin im Material, der hier kommt über die Bordkante. Das war gut. Ja. Und das ist eigentlich so das einzige Manko, wo ich hier noch sehe, wie gesagt, wo man vielleicht ein bisschen nacharbeiten muss, was ich allerdings schade finde, weil es ist einfach auch ein teures Modell. Ach so, ich stelle ihn da mal irgendwie so hin. Also ihr seht, drüber kommen überhaupt kein Thema. Wir haben hier Ladehöhe, ja, 18,5, 19, je nachdem wie er steht. Ich glaube, voran stand da ja bloß, habe ich unten gemessen. Also drüber kommen ist überhaupt kein Problem. Ich kann ihn hier echt gut laden. Aber, wenn ich jetzt auskippe, ich stehe übrigens ganz dran am Modell und bin jetzt ganz hinten an der Bordwand. Also ich kann jetzt nicht da hinten hier irgendwo ausladen, weil ich eben ganz hoch fahren muss. Es geht nicht höher. Und jetzt, wenn ich ausleere, bin ich im Material. Also einen Haufen drauf machen, wird es nicht sein. Das ist was, das funktioniert halt leider nicht. Also ich fahre nochmal ganz hin. Ich kann mal ein bisschen runterfahren. Ja, dann komme ich noch ein bisschen weiter rüber, also über die Hälfte oder so richtig. Ja, wird schwierig. Also, wenn ihr einen, wie ihr den MAN TGS habt, wo eine niedrige Pritsche habt, super. Zum Befüllen von irgendwelchen Steinbruch-Siebanlagen oder sowas, ist der mit Sicherheit auch mega. Ja, ansonsten muss er sich vielleicht irgendwie eine Rampe bauen oder von oben runterladen. Wenn ihr so riesen Fahrzeuge habt, irgendwelche Tamira-Sattelschlepper in 1 zu 14, die werden mit Sicherheit über 20 Zentimeter Ladehöhe haben, dann wird der hier ohne Rampe auf gleicher Höhe echt Schwierigkeiten haben. Das ist leider so. Kann ich nicht anders sagen. Und, ja, so viel dazu. So, also ihr seht, das ist eigentlich so der größte Unterschied. Wie gesagt, bei mir ist die Schaufel entsprechend langsam. Das ist ja hier einfach zu schnell. Man kann es runterregulieren, keine Frage. Also das ist ein Katapult. Aber, ja, was wollen wir so machen? Ich will es ja nicht umstellen. Ihr könnt es dann bei eurem Modell so einstellen, wie es halt genau für euch passt. Ich drehe den jetzt gerade mal rum. So, damit ihr das vielleicht so von der Seite... Seht ihr das? Ich muss gerade noch nicht... Der Bildschirm an der Kamera ist so mini. So. Also, wir fahren nochmal. Wir sind jetzt hier ganz oben. Und wir sind bei dem hier auch ganz oben. Und ihr seht, wir haben einfach ein paar Zentimeter mehr. Und dann spätestens beim Ausladen haben wir halt einfach diesen brachialen Unterschied in der Höhe. Kann ich mal ein Stück vorrollen. Dann seht ihr das, glaube ich, ganz gut. Schau mal. Ja, gut ist mal relativ. Ich schau mal, dass ihr hier noch ein paar Bilder jetzt gleich macht. Wenn ich umbaue, dann habt ihr dann diesen direkten Vergleich. Genau. Also Differenzial hinten, Hubkraft haben wir. Vergleich von den Hubhöhen. Aber ihr seht, vom Maßstab her, er passt echt gut dazu, zu dem Liebherr. Ich finde den toll. Aber man muss halt nochmal ein bisschen was machen. Wie gesagt, ich würde die Schaufel ändern. Ich würde hier vielleicht die Stange hier oben ein bisschen einkürzen. Damit er nicht ganz so extrem ausleert. Und ich weiß es nicht. Wo sind wir dann mit dem Gestänge? Bin gerade mal überlegen, ob es was bringen würde, wenn man hier die Schaufel vielleicht gegen die Bruderschaufel tauscht. 28,5. Also ja, das Hubgerüst, also allein schon die Anlenkung hier, ist zwei Zentimeter niedriger als jetzt bei dem hier. Und das macht natürlich auch schon was aus. Der Startpunkt ist aber der gleiche. 14. 14. Ja, also die Auffängung ist die gleiche. Die Bruderschwinge würde da vielleicht reinpassen. So, mal ganz grob im Hirn gesponnen. Ja, ich weiß, das ist immer noch ein teures Modell. Also wirklich, keine Frage. Es ist schade, dass er das, wenn er das doch hingebracht hätte, würde ich sagen, sofort los. Sofort los. Aber das Einzige, was mich stört, das Modell an sich ist so super, das gefällt mir richtig gut. Aber man muss halt noch mal so was machen. Es ist halt kein, wie soll ich sagen, nicht ganz so ready to run, wie man es vielleicht gerne hätte. So, also. Ja, ich habe keine Endabschalter an der Schaufel. Man hat es gleich gehört. Mir fehlt immer noch ein Blinker, den ich irgendwo auf dem Parcours mal verloren habe. So ist es. Habe ich auch schon erwähnt, glaube ich. Das öfter. Genau, das war mal soweit der Vergleich. Wie gesagt, ansonsten erfährt sich super schön. Das geht auch alles durchschmeidig. Ja, das ist irgendwie falsch. Macht ein ganz Curry. Zwei Sachen will ich euch noch zeigen am näheren Modell. Das heißt, ich drehe euch jetzt einmal schnell zu mir. Mach noch ein paar Bilder zwischendrin. Räumen hier kurz auf. Und dann machen wir hier weiter. Denn ich will ihn noch einmal kurz mit euch gemeinsam öffnen. Ich hoffe, wir kriegen das so hin. Wie ich das von außen gesehen habe. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, die Kabine müsste mit vier Schrauben runtergehen. Und hinten das Teil auch. Es muss auch runtergehen. Relativ einfach. Denn wir müssen die Hydraulik einstellen können. Das steht zumindest in der Produktbeschreibung auch drin. Ich habe es nicht gemacht. Ich mache ja hier auch nichts. Und ich habe es auch noch nicht offen gehabt. Aber man muss ja relativ einfach an das ganze Zeug auch hinkommen. Deswegen schauen wir uns das mal an. Da unten war noch eine Frage. Das schauen wir uns auch gleich nochmal an. Also, ich drehe euch schnell um. Und dann geht es sofort weiter. So, gut. Ich habe umgebaut. Ich habe Fotos gemacht. Alles wunderbar. Es war noch die Frage, wie die Schläuche verlegt sind. Ich glaube, das hat man im letzten Video nicht so gut gesehen. Hier nochmal die Schläuche. Die Schläuche, die laufen hier über der Kardanwelle entlang. So. Kabine runterbauen und das Heck runterbauen. Und da habe ich jetzt hier mal grob geguckt. Was wir hier haben. Für alle, die es im letzten Video noch nicht so genau gesehen haben, wie es hier drin ausschaut. Man sieht hier in der Ansicht nur den Öltank und den Empfänger und die Platine. Was auch immer da drauf ist, an, aus. Ich glaube, das ist nur wie eine Verteilerplatine. Ich schätze, da sind auch die ganzen Widerstände für die LEDs und so drauf. Hauen wir die mal zu. Jetzt schauen wir mal, was wir da unten brauchen. Jetzt bauen wir mal die Kabine hier vorne weg. Die Kabine vorne wird mit vier Schrauben von unten gehalten. Zwei auf dieser Seite und zwei auf dieser Seite. Also hier und hier. Schauen wir mal. Immer der letzte, den man probiert, oder? Ja. Einmal. Können wir gleich mal gucken, ob die Bruderfigur passt, oder? Das ist ja auch der einzige Grund, warum man das macht. Was jetzt hier ganz angenehm ist, im Gegensatz zu den anderen, der hat jetzt kein Licht hier oben in der Kabine. Also noch nicht. Man kann das natürlich nachrüsten. Aber, also es werden ja, ich sag jetzt mal, Lichtertrappen vorhanden, wo man was einbauen könnte. Aber es macht natürlich den Ausbau jetzt etwas einfacher. Dann schauen wir mal, was sich unter der Kabine schon mal versteckt. Öltank liegt da drüben, da dürfte die Pumpe drin liegen. So. Vier mal Schräubchen. So, ganz vorsichtig. Jawohl. Das ist die schöne Kabine. Ah, das Glas ist auch... Ah, also wer hier Licht nachrüsten will, ihr seht, das geht hier echt geschmeidig alles auseinander. Das ist nicht so eine Katastrophe, wie jetzt irgendwie da beim Damper Licht in die Kabine einbauen, da wurscht es dir einen weg. Immer in der Gefahr, dass man was abdrückt. Okay. Hier sehen wir gar nicht so viel. Hier ist ein Klotz. Und ein Servo angeschraubt. Das Servo könnte fürs Differenzial sein oder so. Irgendwie sowas. Mehr sehe ich jetzt hier noch nicht. Wenn ich jetzt hier die löse, dann geht wahrscheinlich jetzt hier nochmal ein größeres Teil, das hier vorne weg. Das will ich jetzt aber nicht, weil hier laufen... Ich zeig's gerade mal. Hier sind die Metallteile, die hier lang laufen. Und ich weiß nicht, die sind... Ah, der ist bloß da angedeutet. Okay. Jetzt müssen wir aber erstmal hier hinten losschrauben. Und soweit ich das gesehen habe, hat der hier und hier unten Schrauben. Das heißt... Ah, den hatten wir gerade. Ach. So. Ja, der passt hier auch. Da drin war auch noch eine Schraube, aber ich glaube... Ah, das geht weg. Okay. Das ist noch die LED-Beleuchtung. Das ist die Beleuchtung hier hinten. Das ist schon ein schweres Teil jetzt. Und der Radleiter wird immer leichter. Okay. Also hier haben wir den Empfänger. Öltank. Batteriefach. Hier unten ist die Ölpumpe drin. Und hier oben diese Schraube müsste die Einstellschraube sein für die Ölpumpe. Ja, für das Druckventil. Also, wenn ich jetzt das hier... Ah, lass mir überlegen, wenn ich's rausdrehe, kriegst er mehr Druck, bevor er anschlägt, oder? Hm, müsste man testen. Also, ich hab hier nichts umgestellt. Ich werd hier auch überhaupt nichts umstellen. Hier ist die Zuleitung. Hier unten haben wir die drei Servos vom Steuerblock. Und ich würd sagen, jetzt gucken wir mal, ob wir hier mit diesen vier Schräubchen noch den letzten Part aufmachen. Dann habt ihr das auch gleich gesehen. Falls mal was ist, es ist nie verkehrt, sich selbst zu helfen und selbst helfen zu wissen. Aber ich erinnere euch nochmal dran, ich hab hier zum SIGI eine Connection hergestellt für Hydraulikwartung, für Hydraulikeinstellung. Also, wenn ihr mal Probleme habt mit dem Huina, mit dem Carbolight, mit einem anderen hydraulischen Modell, kann auch ein Leinbach-Modell sein, oder was weiß ich, verbaut. Auf meiner Seite, auf der ersten Seite, für alle, die es noch nicht gesehen haben, habe ich nach wie vor die Neuerungen verlinkt. Also, sprich, den SIGI, die Allradlenkachse für die LKW-Modelle ist da drauf. Und auch noch das Parcours-Equipment müsste, glaube ich, auch noch mit dabei sein. Aktuell. So. Ja, muss man ein bisschen vorsichtig sein, der hakelt sich da ein. Und wir sehen, genau so viel wie vorher. Also, hier sind die Lenkzylinder und das hier, lange hier unten, wird der Motor sein, der Antriebsmotor. Gehe ich mal schwer davon aus. Aber das andere würde auch gar keinen Sinn machen. Oder fehlt mir irgendwas? Ich habe einen Tank, ich habe eine Pumpe, ich habe den Steuerblock, das wird der Antrieb sein hier. Also, relativ unspektakulär. Hier ist noch eine Schraube drin, hier sind jetzt natürlich nur Schrauben, ich schätze, dann kann man diesen Block hier auch wegheben. Das machen wir jetzt aber nicht. Ich will ja auch nichts umstellen, ich will auch nichts verändern, sondern ich würde sagen, wir bauen jetzt eins zu eins wieder zusammen, denn das ist das, was ihr sehen wolltet. Das mache ich in Ruhe, ihr habt gesehen, wie es auseinander ging, genauso geht es auch wieder zusammen. Thema Bruderfigur, wir sind ja eh im Maßstab 1 zu 16, sollte er passen, aber die Jungs sind immer so gestern, aber das würde auch nicht, also es würde auch nicht passen, ihr habt, um Gottes Willen, verliert der Mann gleich seinen Helm. wir haben gar nicht so viel Fußraum, also man müsste hier wirklich wieder hier im Fußraum was ausschneiden, dann kann der sich hier hinsetzen, ansonsten würde es schon reinpassen, also wie gesagt, Loch reinmachen, wo die Füße durchkommen, oder ihm die Füße absägen, das überlasse ich jetzt euch, was ihr da lieber tut, dann kann der sich da sauber hinsetzen, ich glaube von der Sitzhöhe her, wenn der dann da drin sitzt, ja, da ist er so hoch wie der Sitz, also da haben wir gar kein Problem, von der Höhe her, aber wie gesagt, ansonsten passt er leider nicht ganz rein, warum sie das, ja, ich frage mich schon gar nicht mehr, ich frage schon gar nicht mehr, weil, wie gesagt, wird angegeben mit 1 zu 14, jetzt ist die Figur bloß 1 zu 16, okay, lasse ich jetzt einfach mal so stehen, aber ihr seht, es ist ein tolles Modell, er hat echt Power, was er heben kann, und für jemanden, der sagt, okay, ich will jetzt nicht die größten Sattelschlepper oder so, im Stand laden, sondern man macht das nichts aus, ich habe eine Rampe, oder ich belade einfach von oben, oder, 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 es ist ein tolles Modell, Schlag zu, ja, ich muss gerade nochmal gucken, habe ich das hier drauf, Termin Mitte Februar, damit ich es nicht vergesse, ich verlinke unten den Link zum Modell Bonata, wo der hier eben herkommt, und, ähm, ab Mitte Februar soll es wieder Nachschub geben, äh, da kommen die hier an, von dem her passt es, so, wir haben eigentlich alles, den Maßstab haben wir, Reifengröße, Hammer, Parcourshammer, ähm, Differenzialsperre, Hub, Schläuche habe ich euch gezeigt, und wir haben ihn einmal zerlegt, wunderbar, ähm, dann freut es mich, dass ihr wieder mit dabei wart, und, ähm, ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, bis dann! Musik 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 Musik